Hallo Jungs, was geht ab? Heute will ich über ein Wort, das heißt die Bibliothek Kurs schildern oder Kurs erklären. Was heißt das Wort? Die Bibliothek. Die Bibliothek. Das ist ein Platz oder eine Anlage in der Uni oder in der Schule, wo man die Bücher lesen kann oder da wird das Buch ausgeliehen. Ja, zum Beispiel kannst du dir in der Bibliothek ein Buch ausleihen, okay? Also der Grund, warum ich über dieses Wort spreche, ja, also auch in anderer Sprache gibt es die gleiche Stamm, Wortstamm, okay? Zum Beispiel auf Spanisch sagt man La Bibliotheka, La Bibliotheka, okay? Okay, schreibe was langzaam, ja, kein Problem. Bibliotheka, okay? Stimmt, La Bibliotheka, die gleiche Stammt, okay? Bibliotheka, ja, Bibliotheka, ja, und auch auf Grisisch, ja, auf Grisisch sagt man, also, Biblion, okay? Haben wir, dieses, dieser, diesen Begriff, ja, also, diesen Begriff ist sehr, sehr wichtig, okay? Biblion, dann benutzt du La Bibliotheka und endgültig, die Bibliotheka, okay? Auch ein Wort, Bibliophile auf Englisch, ja? Bibliophile, Biblio, die gleiche, okay? Die Bibliotheka, die Bibliotheka, und dann File, das ist ein Wort auf Englisch, das, dieses Wort, stammt auch aus Biblion, okay? Das ist ein Grisisch, 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 also, die, wie, wie, umfabiert man Grisisch, Grisisch, das, glaube ich, okay? Grisisch, 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 Bibliophile, okay? Und, was ist, äh, Bibliophile, Bibliophil, 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 plus, okay, ein Moment, Bibliophil, die gleiche, hier, okay? Und, plus, Filin, das ist auch, äh, ein Grisisch, Grisisch, Wort, Filin, okay? Ah, Filin, äh, bedeutet, äh, äh, Leben, okay? Lieben, lieben, also, lieben, äh, mit Herz, okay? Lieben, oder mögen, vielleicht? Ich denke, Sie verstehen, was ich meine, okay? Äh, loben, vielleicht, ich bin mir nicht so sicher, okay? Schätzen, 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 okay? Und Schatzen, Schatzen ist Schatz, okay? Okay, zum Beispiel, äh, du hast eine Freundin, ja? Du sagst, hi, Schätzchen, okay? Äh, okay, okay, wir waren hier, ich hab ganz vergessen. Bibliophil, plus, Bibliophil, dot, 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 okay, punt, 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 biblion, dot, 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 okay, plus Filin. Bibliophil, ein Mann, äh, der, der, die Bücher, äh, mag, ja? Verstehen Sie? Haben Sie es, äh, äh, wie sagt man, reinverstanden? Ja, also, das meine ich. Bibliothek, Bibliotheka, Bibliion, Bibliophil, und danach haben wir auch Philosopher, okay? Äh, Fii-lo-so-philosopher. Was ist passiert? Äh, dieser Begriff besteht aus Feline plus Sophos. Äh, einen Moment. Was ist passiert? Äh, Feline, Feline? Feline oder Feline, ich weiß nicht. Äh, die genaue Aussprache. Plus Sophos, okay? Dieser Philein ist die gleiche, okay? Philein. Und Sophos auf Englisch ist Weiß, okay? Philosopher, okay? Wie sagt man hier PHD? So, das war eine kurze Erklärung. Und wir werden uns noch später verbinden, okay? Dann bis zum nächsten Mal.